Musik 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 Die Aufstellung der Heimannschaft des Aske Zettmersdorf. Der Aske Zettmersdorf beginnt heute mit folgender Aufstellung. Im Tor der Kapitän Werner Ambrosch. Mit der Nummer 3, Savian Janschitz. Mit der Nummer 7, Martin Trattnig. Mit der Nummer 9, Christopher Sollinger. Mit der Nummer 11, Anja Mancic. Mit der Nummer 13, Philipp Gatti. Mit der Nummer 14, Christian Haslauer. Mit der Nummer 17, Stefan Poroschnik. Mit der Nummer 19, Daryon Dye-Mectardo. Mit der Nummer 20, Toni Krian. Und mit der Nummer 21, Fabian Krenn. Als Ersatzspieler beim Aske Zettmersdorf wurden nominiert. Für das Tor Marcel Wüttler. Mit der Nummer 7, Benis Domic. Mit der Nummer 5, Patrick Benko. Mit der Nummer 6, Michael Jakobitsch. Mit der Nummer 10, Dominik Krusic. Mit der Nummer 17, Stefan Bleier. Und mit der Nummer 18, Lukas Berdacher. Trainer der Heimmannschaft ist Rudolf Bertz. Geleitet wird das heutige Spiel von Schiedsrichter Christian Petro Ciochirka. Und er wird assistiert an den Linien von Gerald Bauernseind und Martin Höfler. Der Sportverein Aske Kürtmersdorf.